Musik Es gibt alle Überraschungen. Taifun hatte einen schweren Halbsommer auf Dschor. Sie war zwar dort ganz vorne, aber eigentlich bin ich nur noch da gegangen, weil ich gewusst habe, nachher gehen wir nach Hause ins Dogenburg. Jetzt gehen wir noch probieren. Ok, jetzt. Zuerst war er im Conterala. Ja, das war eigentlich nicht auf dem Plan. Nicht auf dem Plan. Das ist jetzt halt eine Überraschung. Muss ich mal schauen. So weit sind wir noch nie zusammen.